Guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen zu diesem Live-Event Fokus Berufsbildung hier aus der Park Arena in Winterthur. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen heute hier aus der Park Arena. Es freut mich mega, diesen Anlass zu starten, nach einer langen Vorbereitungsphase. Schön sind Sie alle mit dabei. Motiviert, an diesem Anlass teilzunehmen, hat mich genau die Möglichkeit zu haben, einen Teil davon zu ziehen, die Berufsbildung in ein bisschen richtig zu lenken, auch die Individuen besser wahrzunehmen und die Entwicklungspotenziale von den Lernenden, von den Schülern auszuschöpfen. Berufsbildung ist für mich mega coole Möglichkeit, den jungen Lernenden etwas mit auf das Leben zu geben. Ich stelle mir so vor, wenn ich in der Wirtschaft etwas kreiere, dann hat das heute eine Lebensdauer von vielleicht einem Jahr, aber wenn ich in einen Menschen investiere, dann hat das doch eine Lebensdauer von hoffentlich 80 Jahren und das freut mich immer wieder, das können zu machen. Berufsbildung ist für mich tagtäglich ein freudvolles Miteinander zwischen Lernenden und Ausbildenden. Berufsbildung ist für mich in dem Sinn wirklich das A und das O, obwohl ich mit dem nicht sagen will, dass es nicht auch einen gymnasialen Weg braucht. In der Berufsbildung können ganz viele junge Leute ihre Werte entdecken, können das entwickeln. Und wenn jeder am richtigen Ort ist, sei das in einem Gymnasium, sei das in einer vierjährigen Lehre oder auch in einer Berufsattestlehre mit zwei Jahren, die Leute, die am richtigen Ort sind, dienen sich selber. Es stärkt die Persönlichkeit und gleichzeitig hilft es unserer Gesellschaft extrem. Danke euch zu Hause. Wir verabschieden euch hier aus der Park Arena im Winterthur. Hey, bis zum nächsten Jahr. Hey, bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank.